Eat happy. Das ist ja mein Lebensspruch. Ess dich glücklich so ungefähr. Das ist meins. Was das hier alles gibt. Guck mal, jetzt die Dame räumt hier das noch schön auf. Mal, was das alles gibt hier. Ich habe eben hier was gesehen. Guck mal hier. Pokéball. Ich kenne Pokémon. Aber nicht Pokéball, oder? Pokéball, Pokémon. Schön. Hör mal. Sushi. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Darf ich Sie auch mal eben stören? Sie legen jetzt Sachen rein und Sachen raus. Warum? Diese ist von gestern. Ah, von gestern. Ja, wir verkaufen immer frische Sachen, frische Sushi. Ja. Wenn wir gestern noch da und dann heute immer wegmachen, dann die neue Frische kommen rein. Und das ist genau das, Edeka. Immer nur frisch. Und Sie machen das auch hier frisch, ne? Ich habe es gerade gesehen, ne? Super frische Sachen. Toll. Ich habe gehört, dass Sie schon lange hier sind. Ja, vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an. Wann war das? 19.11.91. 19.11.91. Die ganze Zeit hier gearbeitet. Ja. Und immer zufrieden. Ich bin tatsächlich bei hier. Aber 91. Haben Sie als Kind angefangen. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Drei, du, vierzehn, fünfzehn. Ich bin siebzig. Wie viel? Siebzig. Ne? Doch. Und das immer noch? Ja. Aber dann an das Kalte. Das ist doch fies, oder nicht? Wenn Sie da 25 Jahre gemacht haben. Da ist draußen die Hitze ganz extrem schlimm. Da gehen Sie lieber in die Kälte. Das stimmt. Also, das kann ich mir vorstellen. Ich habe heute Morgen im Kühlhaus gedreht. Das war angenehm. Oh. Ey, merkt ihr, wo ich hier stehe? Im Kühlhaus. Wir haben im Sommer gedreht. Und ich musste ins Kühlhaus, damit ich das Gefühl von Winter habe. Und wie lange wollen Sie dann machen? So lange? So lange. So lange wie Gott mich lässt. Ja. Dann machen Sie doch einfach bis 85 und dann gehen Sie in eine Altersteilzeit. Ne, so? Das könnte man doch machen. Bis 85 und dann ab in eine Altersteilzeit. Was würden Sie denn jemandem sagen, der sich bewerben will? Ja, der sich ganz schnell bewerben soll, weil es ein ganz tolles Team hier ist. Ja, guck mal, wenn das alle sagen. Ne? Und es werden gebraucht wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Dann, ich mach das jetzt. Bewerbt euch hier. Und wie gesagt, wenn die junge Frau das hier sagt, die mit 72, ne mit 70, mit 70 immer noch hier ist, das kann es so schlimm hier nicht sein. Weil wenn du mit 70 immer noch gerne arbeiten kommst, was wollt ihr denn? Man kann sich aber auch bewerben, wenn man jünger ist als 70. Willst du noch einen wärmenden Karton? Einen wärmenden Karton? Vor allen Dingen, einen wärmenden Karton. Kann ich mich ja drauf stellen. Da ist halt vor allen Dingen Chips wärmt immer, ne? Boah, da stehe ich hier mit der Weihnachts-Serviette vor der Dolomiti-Eyes. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen.